Hallo, es kommt zur vierten Folge von Apfel vs. Gotti. Heute spielen wir Rage-Mode. Ja. Da ist es. Wir spielen drei Runden, ne? Und ja. Heute kann ich das 3-1 machen. Aber Apfel kann auch wieder ausgleichen. Schnauze heißt das. Ich tue mehr als nur... Schnauze heißt das. Shit, shit, woher, woher, woher? Wo, wo? Von wo, Alter? Boah, Alter, ich hätte fast am Hauptvideo gesehen. Hey, ich hab dich nicht gesehen, Digga. Hey, du warst mit mir da nirgends. Ich war hinter den Heuballen. Bin kurz hochgesprungen und hab dich erschossen. Wow, warum? Oh, warum? Oh, warum? Ja! Was machst du denn? Geh dich ja nicht wohl. Da bist du. Da bist du. Oh! Oh! Ich bin genau ins Feuer gesprungen. Oh! 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 Ich hab mich schon wieder selbst abgeschossen. Wow! Und Best of 3 wäre verdammt lang die Folge. Wer wird das, Alter? Nur eine Runde ist zu wenig. Hab dich gesehen, du Runde, Alter. Was? Wow, wieso sponzt du da hinten? Der war drauf eigentlich. Fuck! Ne. So nicht. Woaah! Kleiner Wund, Alter. Kleiner Wund. Das ist cool. Was ist denn nicht? Ist er nicht? Läuft's denn in irgendein? Ich seh dich, Alter. Boah, Alter. Vertraut. Boah, Alter. Lautlose Jäger Kleiner Hunde, Alter Ja, lautlose Jäger Pinguin ist der Sinn So, wo sitzt du? Wow Was? Puh Gibt's doch nicht, Alter Ich hab dich da oben gesehen, du Bastel Puh 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 Ey, es ist ein Lichel! Nee. Nee. So nicht. Fuck. Faaah. Hast du auch die Axe geworfen? Kleine Go, Alter. Hast du die auch geworfen? Ja, fast nicht. Aus Reflex. Was? Was? Hallo? Du musst mich kurz mute. Oh! Pfff! Ja genau! Vielleicht bist du stehen geblieben? Ich würde gesagt, du sollst warten. Nee. Bist du denn rum? Kleiner Witz. Ja! Was? Hä? Hä? Boah, war der Schuss geil! Ich hab doch schon Ewigkeiten auf dich gezielt, was denn? Ja, ich hab auch auf dich gezielt mehr runtergesprungen, hab mir das erst abgedrückt. Wow! Okay. Kommst du von da unten überhaupt raus? Ja! 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 Ja, ich hab' nicht. Ist überhaupt ein Wind? Ups! Kleiner Go, Alter. Wo bist du denn? Ja, was? Ich hab' nicht mehr auf den Arsch und bin doch in der Hülle unten. Ich weiß auch nicht auf was ich schieß. Ich weiß auch nicht auf was ich schieß. Ich schieß einfach dahin, wo die Palle herkommen. Okay. Fuck! Oh! Die in! Ja! Oh, stopp! Ich hab' nicht mehr geblutet. Hey, du wirst dich raus, bis soll ich dir auch was geworfen? Du bist ein-belobst, daneben gelaufen! Ach, Alter! Hä? Wait! Wie hat der dich nicht getroffen, Alter? Es sah für mich erst so aus, als wäre der Naxx, wenn wir vorbeigeflogen, als ich da oben stand. Oh, das ist Naxx. Ach, wenn du stirbst, ist deine Axt weg. Ah, gut zu wissen. Achso, nee, das wusstest du. Nee, mir ist gerade erst aufgefallen. Ja, meine auch. Ja, normal. Du weißt, dass wir noch 3 Minuten haben. Ja. Du weißt, dass ich weiß, wie du bist. Ich weiß nicht, die Richtung in der du bist. Wow! Hä? Hä? Du hast mich mit der Druckwelle von deinem Pfeil perfekt in die Schussbahn geschossen, dich zu treffen. Ich hab dich da doch volle Kalle getroffen gerade, Alter. Das ist Comeback. Ist das? Der war voll drauf. Der Schuss war aber voll drauf gerade in der Letzte. Das ist Comeback. Nein. Das geht wieder. Nehm. Das muss ich dir gut machen. Kleiner Bastard, alter! NEIN! NEIN! Oh verdammt! Die ist hier auf den Wegel geflogen! Verdammt, ich war schon zu sie gesichert! Fuck, ich war schon zu sie gesichert! Ja! Ich hab meine Axt verwarfen! Hast du versucht die Axt drauf zu werfen? Nee, ich hab die falsche Richtung... Ich hab meine Maushal in die falsche Richtung geflogen! Das ist er, man! Nee, ich weiß nur nicht wo du hier gelaufen bist! Das macht mir echt Sorgen! Das ist auch egal wer jetzt gewinnt! Durch den Endpunkt, das Sieg gehört dir, weil du mehr Kills hast! Komm da raus! NEIN, das ist Klaas! Warte, zum Ende gucken Sie mir! Ja, aber... Ich bin einfach ganz normal! Ja gut, das ist egal! Der Sieg gehört dir! Du hast es nie mehr Kills! Fuck! 1-1! Oh! Oh shit! Also wenn die letzte Map die Map ist, die ich so gern hätte... Alter, dann... Also die erste Map die konnte ich gar nicht... Es ist die Map, ja, ja, okay, aber die Map hast du halt auch schon oft gewonnen. Ich hasse diese Map, warte, ich muss kurz meine Render Distance aufdrehen. Ich hab dir natürlich gezeigt, wie du uns das in ruhig bin. Löffst du schon wieder? Ja, okay wieder. Okay. Geht doch schon steh! Nein! Wie kannst du mich da treffen? Ich hab dich um die Ecke gesehen. Okay. 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 Ah, das hat doch... So, wo bist du? Das selbe kann ich dich auch holen. Das ist gar nicht das Haus. Nein, nicht schon wieder. Ich habe die ganze Zeit das Haus geschaut. Ich dachte, du bist im Haus. Ich hätte ein bisschen mehr Sneaky sein sollen. Warte, ne? Nein! Okay, es sieht nicht gut aus. Alter, ich bekomme mehr als nur von 180. Nein! Nein, ich bin die ganze Zeit bei 5. Oh, fuck! Ey, noch 3 kills! Oh ey, das darf ich nicht vom... Oh! Ja! Oh lol, ich schwitze, Alter! Alter, ich will ja nicht 5 kills machen. Ich will nicht so untergehen, ne? Hehehehe! Alter, ich schwör dir, Digga, es ist als würde ich mit einer Achterbahn 90 Grad Winkel nach unten düsen, Alter! Mein Herz soll aufzuschlagen! Mein Herz soll aufzuschlagen! Wo bist du? Ich, ich beh 우리�te es selber auch gar nicht erinnern. Ich hätte keine Musik im Hintergrund, wäre es vielleicht viel spannender. Meine Presse, ich dachte da wär's, du wolltest schon Fallobschießen, wenn ihr mich richtig wegverraten hättet. Wo bist du? Was ist das? Er steckt oder nicht? Ich komme! Digga, wo bist du? Es gibt so gar nichts, Digga! Kommst du so rüber? Ey, ich sehe dich nirgends! Hä? Hä? Der Kompus macht doch gar keinen Sinn. Ey, vor allem jetzt, weil wir nicht dick, ich sehe, dein Norm ist auch schon wieder weg. Nein! Nein! Fuck! Fuck! Nein! Das ist 2 zu 2, Digga! Fuck! Fuck! Alter, das war INTENSE! Das war INTENSE, Digga! Okay! Dann war es das mit der vierten Folge, gell? Ja, also... Er steht jetzt wieder 2 zu 2. Heißt das böse mit Hearts of Iron? Ja! Meist zufrieden! 3-3! Hearts of Iron, Kid PvP und dann Shellshock! Mal schauen, ob Shellshock entscheiden wird! Ey, ich glaube nicht! Ich glaube ja, ich sage nicht! Dann sehen wir uns nächsten Dienstag bei Hearts of Iron 4! Alter, ich zitter! Bis dann! Tschüss! ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.